Luciano Spinozzi ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler und heutiger Trainer. Während seiner aktiven Laufbahn war Spinozzi Abwehrspieler. Aktuell arbeitet er als Trainerassistent bei der ASLUANO. Spielerkarriere Luciano Spinozzi begann seine Karriere bei Tevere Roma, wo er zwei Jahre lang in der Serie D spielte. Im Jahr 1967 wechselte er zum ASROM. Für die Roma debütierte er am 12. Mai 1968 beim Spiel gegen den AC Turin in der Serie A. Zur Saison 1971 wechselte Luciano Spinozzi zu Juventus Turin, wo er vier Jahre lang Stammspieler war und bis 1978 unter Vertrag stand. Für Juve absolvierte er insgesamt 241 Partien. Er zielte dabei vier Tore und konnte fünf italienische Meisterschaften und 1977 den UEFA-Pokal gewinnen. Im Jahr 1978 ging Spinozzi zurück zum ASROM, wo er die folgenden vier Spielzeiten verbrachte. Mit der Roma gelang ihm in dieser Zeit zweimal der Gewinn der Coppa Italia. Zur Saison 1982-83 wechselte er zu Hellas Verona, dort verweilte er nur ein Jahr. Danach wechselte Spinozzi zum AC Mailand. In der Saison 1984-85 beendete er schließlich seine aktive Karriere beim ACC Sena in der Serie B. Nach drei U21-Elländerspielen zwischen 1969 und 1971 wurde Luciano Spinozzi in die italienische Fußball-Nationalmannschaft berufen. Er debütierte am 9. Juni 1971 beim 0-0 gegen Schweden. In der Folgezeit war er Stammspieler in der Squadra Asura und stand auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland im Kader Italiens. Die Azuri schieden jedoch schon in der Vorrunde aus. Danach wurde Luciano Spinozzi nie wieder in die Nationalmannschaft berufen. So war das letzte Gruppenspiel der WM gegen Polen, das man mit 1 zu 2 verlor. Sein letztes Länderspiel im Alter von nur 24 Jahren. Insgesamt absolvierte Spinozzi 19 Länderspiele für Italien und schoss dabei ein Tor. Trainerkarriere Direkt nach Ende seiner Profilaufbahn begann Luciano Spinozzi seine Trainerkarriere in den Jugendabteilung des ASROM. Bereits im folgenden Jahr trainierte er die Primavera, die Mannschaft der höchste Altersstufe im italienischen Jugendfußball. Nachdem er mit dem Team einige Erfolge feiern konnte und viele Jugendspieler, darunter Francesco Totti, an den Profikader herangeführt hatte, trat Spinozzi bei der US-Lecce in der Serie B seine erste Stelle als Cheftrainer an. 1996 wurde Luciano Spinozzi-Co-Trainer von Sven Göran Eriksson bei Sampdoria Genua. Im folgenden Jahr wechselte er zusammen mit dem Schweden zu Lazio Rom, wo er bis 2004 zuerst unter Eriksson und später unter Dino Zoff. Alberto Zacheroni und Roberto Mancini wiederum Trainerassistent war. Mit dem Hauptstadtclub gewann Spinozzi ein 1999-2000stel den Scudetto, dreimal die Coppa Italia, 1999 den Europapokal, der Pokalsieger, die italienischen Supercup sowie den europäischen Supercup. Seit März 2007 arbeitet Spinozzi als Trainerassistent von Fernando Ursi bei der ASLUANO. Erfolge Italienische Meisterschaft UEFA Pokal Coppa Italia 1979-80stel 1980-81stel Trivia Im Film Keiner haut wie Don Camillo spielte er einen Fußballer. im Film Keinerosdi